Ich würde mal sagen Team Blau gewinnt. Genau. Also herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Badwars. Heute spielen wir wieder mit zwei anderen YouTubern. Einmal mit Dragonfire und mit Julian. Genau. Mein Kanal Name ich habe nur wie YouTube, aber ja. Genau. Wer ist wahrscheinlich in der Kanal schreiben. Was soll das? Ich lasse euch ein Schwert im Ding. Jede Antwortgreifer, was vorbeikommt, kriegt einmal ein Schwert. Alles klar, hier liegt ein Schwert, aber sonst ist alles okay. Ich komme niemals von der Mitte weg, aber wenn du stößt. Einfach mal. Soll ich es zur Mitte bauen? Ja. Und dann haben wir zu. Ja, bald, 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 bald. Warum ist da nur zwei Gold? Zwei. Warte. Kannst du in der Mitte kommen und Blöcke mitnehmen? Warte. Oh, du hast Blöcke, oder? Ja, es wäre nicht schlecht. Ja, da oben bist du. Ich bin ja unser Typ, glaube ich. Ja, nein, du Dragonfire. Ich bin neben dir. Oh, danke. Oh, jetzt haben wir hier. Oh, jetzt haben wir hin, ja. Oh, shit. Ich schaue mal an. Boah, ich war. Yo, er sammelt euch von meiner Aufmenn. Ey, das ist eine Kiste. Was, was man braucht? Einen Stick. Mehr braucht man nicht. Ich habe nur noch auf mich gewartet. Ich bin tot. Wo habt ihr auch einen Götter? GG würd ich mal sagen. Also wenn wir das doch... Und seit Iisbett aufbaut, der war hinter dir traurigend, ja. Alter, heizt alle Akko. Alle Akko unterwegs heute. Wo sind denn die vier Leute? Ich habe auch noch gefunden, aber er schafft nie wieder. Eine ist in der Mitte. Hab ihn. Wenn die jetzt runterspringen, sind die tot. Ich habe einen Knockback Stick gehabt, aber irgendwie hat er mindestens gebraucht. Sind die da oben? Boah. Boah. Ich habe ihn. Nice. Nice. Anna, wo ist denn der unter mir? Na, ich hab's besucht. Ist das in der Mitte, wo du bist? Hat jemand Essen für mich? Hm, ich hab gar nichts. Wenn er Gold essen kann? Der ist in der Mitte, äh nein. An seiner Base. Genau. Aufschuld, der hat einen Boden. Boah, hat mir abgeschossen. Nein. Also, wir machen jetzt demokratische Besprechung. Battle of the Team. Also, ich bin gegen den. Huch, wir haben Hunger. Okay, jetzt nicht. Hat er aufgehört? Nice. Nice. GG. 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 Ja, GG. GG. Best Game. Mhm. Okay, danke fürs Zuschauen, falls euch die Runde gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben und schaut auch bei den anderen Kanälen vorbei. öfters Ramadan vor HenESE How's my vor? Happy Ahre? Ich weiß es nicht. Also, vielleichtad disputieren.